Hey Leute und willkommen zu Musik. Ich habe ja in den letzten Wochen einiges gemacht zu Filmen und Fernsehen, von daher habe ich meine Patrons gefragt, auf was sie denn mal wieder gerne Lust hätten, für ein bisschen Abwechslung. Und zwar Stand zur Auswahl Gaming oder Musik und es war relativ eindeutig, dass viele Leute sich mal wieder etwas zu Musik wünschen. So, das letzte Video, was ich dazu gemacht habe, war ja glaube ich auch von Sabaton nur, also das Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich hier oben irgendwo in der Ecke mit einem I und dann könnte ich das nochmal anschauen. Was wir heute machen, wird ein bisschen anders aussehen, weil ich hatte ja mit Sabaton relativ Glück, dass der Verleger der Musik da relativ guten Herzens vorangegangen ist und mich das Video hat doch veröffentlichen lassen. Aber hier habe ich gesehen, was wir heute machen, steht unter Lizenz von SME im Auftrag von Sony Music Media und vier musikalischen Verwertungsgesellschaften. Von daher, da wir ja relativ interessante Erfahrungen gemacht haben, schon mit Sony, was YouTube Copyright Claims hier angeht, werde ich heute das Musikvideo und die Musik hier nicht vorführen, sondern ich werde es singen. Ja, ich kann singen. Da da da, da 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 da, da 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 hier zum Vergleich eine rezente Lingula. Aber gut, es geht ja hier primär nicht um die Musik, sondern um den Text und das, was uns der Text sagen möchte, was dann in der Musik transportiert wird. Wenn ihr was zur Musik hören wollt, dann gibt es bestimmt auch andere YouTube Kanäle, die das weitaus besser machen als ich. So, wir konzentrieren uns heute auf Wallenstein von der Band D'Artagnan. Es ist ein deutsches Lied über ein relativ deutsches Thema, aber da komme ich gleich nochmal zu. Und zwar geht es hier um einen Herren Wallenstein selbst. So, wer das Lied sich vorher dann doch nochmal anhören möchte, das Lied verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr es euch erstmal anhören und den Text genießen, bevor wir dann hier in die Besprechung gehen. Kurz zum Hintergrund, es geht hier um ein historisches Thema, nämlich um eine Person, Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein, kurz einfach Wallenstein genannt. Es ist so ziemlich eine der berühmtesten Persönlichkeiten aus dem 30-jährigen Krieg, nämlich ein zweifacher Generalissimus auf der katholischen Seite, gefürchtet und verehrt von seinen Gefolgsleuten als auch von seinen Gegenspielern. Aber keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht die ganze Geschichte von Wallenstein erzählen, weil da werdet ihr, glaube ich, noch morgen hier. Das Video soll tatsächlich mal ein bisschen kürzer sein. Von daher steigen wir auch direkt ein in das Lied, was uns das Lied im Grunde schon über Wallenstein sagt und auch über die ganze Thematik, die dann mit Wallenstein zu tun hat. Und bevor wir da in das Lied generell kommen, für diejenigen von euch, gut, ich blende jetzt hier mal so ein paar Bilder ein, für diejenigen von euch, die das noch nicht kennen, gerade das Musikvideo. Das Musikvideo ist, finde ich, nämlich ganz gut gemacht. Es ist nämlich nicht nur ein Musikvideo, sondern im Hintergrund sind auch Szenen zu sehen von der Miniserie Die Deutschen, speziell Wallenstein und der 30-jährige Krieg. Den genauen Namen der Folge habe ich gerade gar nicht im Kopf, da müsste ich jetzt auch nachgucken, aber auf jeden Fall aus der Serie Die Deutschen. Was eigentlich schon nicht so richtig stimmt, weil natürlich Wallenstein gehört zur deutschen Geschichte, wenn man das so sagen kann. Allerdings, Die Deutschen ist so ein ziemlich moderner Begriff. Ich meine, gut, in dieser Miniserie, da fassen die alles zusammen. Ich glaube, es gibt auch eine Folge über Arminius und da sind wir vom Thema Die Deutschen eigentlich noch sehr weit entfernt. Aber theoretisch, wenn man schon so einen modernen Begriff benutzt, dann müsste man da eigentlich in Klammern dazuschreiben, dass Wallenstein gar kein Deutscher war, sondern ein Tschechel. Er wurde nämlich in Hermannitz an der Elbe geboren, wenn ich mich richtig erinnere, was im damaligen Böhmen lag. Heutzutage gehört das zu Tschechien und damals noch im Einzugsgebiet, im größeren Einzugsgebiet des Heiligen Römischen Reiches. Von daher passt das so gesehen, aber eigentlich, wenn man da sagt, okay, die Deutschen, dann müsste man eigentlich dazu schreiben, dass Wallenstein technisch gesehen gar kein Deutscher war. Tschechnisch gesehen gar kein Deutscher war. Und diese Miniserie macht das eigentlich schon ganz gut, gerade in dieser Folge, die ist nicht ganz so verkehrt vom Kostümtechnischen und vom Setdesign her. Da gibt es etwas problematischere Folgen, aber die Folge ist ganz gut. Mit der Ausnahme, dass Wallenstein als einer der reichsten und einflussreichsten Menschen zu dieser Zeit des Dreißigjährigen Krieges wahrscheinlich nicht in so einer verbeulten, alten und nicht passenden Rüstung auf dem Schlachtfeld rumgelaufen wäre. Aber gut, am Rande. Darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Sondern wir kommen jetzt wieder zurück zum Lied. Und da jetzt, bevor wir in das Lied selbst einsteigen, eine Sache, die ich sehr, sehr interessant finde. Ich weiß gar nicht, vielleicht wenn jemand von der Band zuguckt, ja, hallo, liebe Grüße. Oder jemand, der so halbwegs im Umfeld der Band sich bewegt. Ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt war. Aber was ich super spannend fand, ist, dass das Lied an sich ein BPM, also Beats per Minute, Schläge pro Minute, hat von etwa 86. Jetzt mag man sich fragen, ja, was ist jetzt daran so spannend, so besonders? Und zwar, ich habe es schon gesagt, das Ganze spielt zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Und ab etwa dem 16. Jahrhundert ist in Zentraleuropa Marschmusik belegt, dass sie existiert. Beziehungsweise Stücke, die extra geschrieben wurden als Marschmusik. Da denkt man sich jetzt immer so, ah, okay, da fängt es jetzt an, so ein bisschen eine Verbindung zu ziehen. Ja, Marschmusik und eine gewisse Schlagzahl pro Minute. Aber wenn man da jetzt sich ein bisschen erkundigt, ja, der moderne Standard, sag ich mal, von BPM bei Marschmusik liegt bei 120. Ja, das stimmt. Allerdings nicht der historische Wert. Nämlich, Marschmusik, gerade zur Anfangszeit, ist etwas, was sehr experimentell ist. Also man geht es heutzutage davon aus, dass man Marschmusik in diesem Falle im 16. Jahrhundert erstmal braucht, weil da auf einmal Heere zusammen oder etwas größere Heeresmaschinerien zusammenkommen, die nicht wirklich aufeinander abgestimmt sind, aber die schon irgendwie in eine Art professionelle Armee hineingehen, was Bezahlung angeht, was Ausrüstung angeht, etc. Und die aber noch nicht wirklich gut zusammenarbeiten. Und da erschafft man eben so ein Medium anhand der Musik, Was dann dazu führt, dass diese Masse an Menschen, die halbwegs professionell, aber noch nicht so richtig ist, halt auch effizient manövrieren kann auf einer strategischen Basis. So, und wie macht man das? Man komponiert Stücke, die extra dafür gedacht sind, dass diese Menschen dann in einem Gleichschritt oder einem ähnlich Gleichschritt zusammen marschieren und dann eine gewisse einheitliche Geschwindigkeit an den Tag legen. Jetzt probiert man da natürlich so ein bisschen rum und man isst sich heutzutage nach den Funden, die wir haben aus dieser Zeit. Es sind sehr, sehr wenige, es sind auch nicht wirklich gut Erhaltene, aber wir sind uns heutzutage relativ sicher, dass der ursprüngliche BPM bei Marschmusik irgendwo zwischen 80 und 90 liegt, was ja hier bei einem BPM von 86 genau der Fall wäre. Jetzt mag man sich natürlich fragen, aber wie kommt man dann heutzutage auf einen BPM von etwa 120? Das kommt dann im Grunde genommen über einige Ecken. Ich glaube, der moderne Standard von 120 rührt auch von der britischen Armee her. Die waren, glaube ich, so die ersten, die den 120er BPM eingerichtet haben. Natürlich, je schneller eine Armee marschieren kann oder je effizienter eine professionelle Armee marschieren kann, desto besser. Und 120 war da so eine Art Sweet Spot, wo man dann gesagt hat, ja, okay, da können Menschen oder Männer in dem Falle im historischen Kontext noch einen großen Schritt machen, einen schnellen großen Schritt, ohne dass der Schritt dann verkürzt oder dass sie auf Dauer irgendwie ermüdet werden oder sowas. Und 120 war dann so bei einer professionellen Armee im 18. Jahrhundert, hat sich das, glaube ich, herauskristallisiert, 18. bis 19. Jahrhundert, so um die Ecke, siebenjähriger Krieg, napoleonische Kriege, hat sich dann in der britischen Armee dieser 120 BPM-Marschmusik herauskristallisiert. Aber wir haben ja vorher, gerade wenn es um das Thema 16. bis 17. Jahrhundert geht, noch keine wirklich professionellen Armeen. Und da konnte man diesen 120er BPM anscheinend noch nicht so wirklich anpeilen. Und da hat man sich dann auf einen 80er, 90er BPM geeinigt, mehr oder weniger. Wahrscheinlich, wie gesagt, das ist ein großes, großes Fragezeichen dahinter. Aber ich finde es sehr interessant, ich muss es wirklich mal fragen, wenn jetzt irgendjemand im Umfeld der Band ist oder vielleicht jemand von der Band selbst das mal irgendwann sieht, habt ihr das gewusst? Habt ihr es extra eingebaut, diesen 86er BPM, weil es hier ja auch zeitlich passend um ein militärisches Thema geht? Ich weiß es nicht, mal schauen. Vielleicht kann mir da einer von euch in den Kommentaren ein bisschen weiterhelfen. So, das als Einstieg zum Thema. Und jetzt hole ich mir mal kurz den Text hier rüber, weil mir ist beim Hören, ich muss zugeben, ich habe dieses Lied erst vor einigen Wochen gehört und fand es von Anfang an super cool. Weil von Anfang an irgendwie klar war, da spielt sich hinter dem Text noch irgendeine andere Verständnisebene ab. Also es ist jetzt nicht so wie bei den meisten modernen Liedern, wo man einfach so einen Text hat und der ist schön geschrieben oder sowas. Ähnlich wie bei dem Sabaton Lied, was ich eben schon besprochen habe, gibt es hier viele, viele Stellen, die eben sehr, sehr gut in den historischen Kontext passen. Gerade mit der Zeit, gerade mit dem Thema Wallenstein. Und das spiegelt sich im Grunde genommen schon in der ersten Liedzeile wieder. Da heißt es, der Tag bricht an und Mars regiert die Stunde. Jetzt mag man sich meinen, ja okay, klingt jetzt erstmal ganz generisch. Ja, der Tag bricht an und Mars regiert die Stunde. Ich meine, Mars als römischer Kriegsgott ist jetzt auch nicht so abwegig, wenn es um einen Feldherrn geht. Aber im Thema Wallenstein oder im Zusammenhang Wallenstein bringt das nochmal eine ganz andere Ebene rein. Weil Wallenstein ist im Grunde genommen in seiner Ursprungsform kein Feldherr, sondern er ist im Grunde genommen eher eine Art Kaufmann, wenn man es so sagen mag, vereinfacht. Und durch seine Tätigkeit als Feldherr bekommt er so eine Art, nicht unbedingt Götterkomplex, aber er vergleicht sich sehr oft mit vergangenen Feldherrn und eben auch vergangener Art und Weise, wie man dann mit Feldherrn und mit Kriegsgöttern oder etc. umgeht. Und das treibt er so ein bisschen ins Ultimum, in dem Sinne, dass er sich selbst nicht nur ein Mars-Gemälde in seine Villa, in sein Schloss packt als Deckengemälde, sondern, wenn ich das nochmal finde als Abbildung, dann blende ich es hier nochmal ein, sondern dieses Deckenfresko, was Mars als Kriegsgott zeigt, als triumphierenden Kriegsgott, hat nicht irgendein generisches Mars-Götter-Gesicht, sondern hat tatsächlich eine historisch belegbare Version von Wallensteins Gesicht selbst als Gesicht. Das heißt, Wallenstein war an der Stelle schon so von sich überzeugt, dass er sich selbst als den Kriegsgott Mars sieht. Von daher ist die erste Liegzeile hier, der Tag bricht an und Mars regiert die Stunde, ist erstmal so, ja, okay, Mars als Kriegsgott, alles klar, weiß Bescheid, aber er hat schon mal so eine gewisse Zweideutigkeit, indem man hier sagt, ja, Mars regiert die Stunde, Wallenstein sieht sich selbst als Mars, also Wallenstein regiert die Stunde. Wallenstein hier in diesem Sinne dann doch als zweideutiges Element mit drin. Finde ich super interessant, finde ich super cool. Dann haben wir hier ganz, ganz viele Anspielungen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehe, einfach so Sachen, die den 30-jährigen Krieg gerade in, sagen wir mal, Zentraldeutschland, so das zentraldeutsche Gebiet, was wir heutzutage haben, sehr gut widerspiegelt, in dem angesprochen wird, verheertes Land und offene Wunden und Lumpenheerbegriffe, die, gut, Lumpenheer ist jetzt ein Begriff, der öfters mal auftaucht in Literatur, auch schon aus sehr vergangener Zeit, der gibt es auch in verschiedenen Übersetzungen schon in antiker Literatur, wenn man dann einen Unterschied machen möchte zwischen einem professionellen Heer und einem Lumpenheer, eben, Nahrungszeichen, eben einem Heer, was nicht aus professionellen Soldaten besteht, sondern aus Bauern und dergleichen, die halt bezahlt werden, um Kriegsdienst zu leisten, was halt im Kontext des 30-jährigen Krieges sehr gut passt, aber eben auch sehr viele Anspielungen über verheertes Land und ich meine, der 30-jährige Krieg, gerade wenn wir die militärische Geschichtsschreibung in Europa bis zu diesem Zeitpunkt uns anschauen, dann ist der 30-jährige Krieg so ziemlich einer der verheerendsten Kriege, die es bis zu diesem Zeitpunkt in Europa gab. Es gab davor, gerade im französischen oder im südwestfranzösischen Raum, gab es natürlich noch den 100-jährigen Krieg, der da auch für viel Verwüstung gesorgt hat. Kleine Anekdote an der Stelle ist, wenn du nach Frankreich mal gehst und je nachdem, wo du in Frankreich hingehst und die Leute fragst, wie sie so über den großen Krieg denken, dann wirst du je nach Region andere Antworten bekommen. Also wenn du nach Norden, nach Nord- und Ostfrankreich gehst, dann war der große Krieg, ja alles klar, Erster Weltkrieg und sowas, da ist die Verheerung natürlich riesengroß gewesen, aber wenn du, sagen wir mal so, in den Südwesten von Frankreich gehst, da verstehen die Leute unter dem großen Krieg oftmals zweierlei Sachen. Die fragen dann meistens sogar eher, welcher Krieg, welcher große Krieg, weil der Erste Weltkrieg eben in Südwestfrankreich wirklich kaum Verwüstung angerichtet hat, aber der 100-jährige Krieg, gerade durch die Raubzüge von Edward von Woodstock, dem sogenannten Schwarzen Prinz, ist da sehr viel mehr in Gedächtnis. Von daher, da eine kleine Anekdote, aber selbst der 100-jährige Krieg hat nicht so viel Verwüstung angerichtet, wie der 30-jährige Krieg, gerade wenn es um den zentral- und norddeutschen Raum geht. Und das Ganze spiegelt eben nochmal der Refrain wieder, in dem es immer wieder heißt, Wallenstein fern von zu Hause, Wallenstein kehren niemals heim, Wallenstein wir sind verloren, an dein Herz aus Stein. Also mal ganz davon abgesehen, dass man hier Wallenstein auf Stein reimt, ja, immer wieder diese Anspielung von Wallenstein wie so eine Art Skandieren, das sowohl auf Seiten der Adligen irgendwann immer wieder nach Wallenstein gerufen wurde, weil eben Wallenstein als Feldherr dann doch ganz gut geeignet war und sie eingefahren hat für die katholische Liga. Aber eben auch auf der anderen Seite, dieses fern von zu Hause kehren niemals heim, wir sind verloren an dein Herz aus Stein, so eine Art Gegenskandieren der Bevölkerung, die gerade in diesem 30-jährigen Krieg eben sehr, sehr leidet. Und das eben nochmal als noch eine Anspielung auf das Leid, was eben dieser 30-jährigen Krieg in deutschen Raum so hinterlassen hat. Und am Ende vom Refrain gibt es nochmal so eine kleine Anspielung auf Wallenstein, selbst unter dem Namen Du schwarzer Teufel. Da dachte ich mir so, ja, das kommt irgendwo hin. Ich habe leider in keinen Quellen irgendeine Kreuzreferenz gefunden zum Thema, dass Wallenstein irgendwann mal als schwarzer Teufel oder sowas betitelt wurde. Von daher weiß ich nicht, wo die Band das her hat oder der Textschreiber in dem Sinne hier, diesen Titel her hat, Du schwarzer Teufel. Aber was halt immer wieder auffällt ist, dass Wallenstein, ich blende dir auch nochmal so ein paar Bilder ein, sehr viel Wert drauf gelegt hat, irgendwie doch immer wieder schwarz zu tragen. Was mir dann hier irgendwie doch aufgefallen ist, als ich mich dann doch nochmal mehr mit der Recherche befasst habe, also Wallenstein hatte anscheinend schon so ein Fable, gerade für schwarze oder brünierte schwarze Rüstungen und schwarze Kleidung. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding von ihm selbst war oder ob das die Mode der Zeit war, aber da kann ich jetzt auch zum Mode der Zeit bin ich da auch raus. Also das ist nicht mehr wirklich mein Thema. Aber die Anspielung ist eigentlich nochmal wert, dass man sich da mehr mit beschäftigt. Da hat mir jetzt nur ein bisschen die Zeit gefehlt. Also das finde ich dann noch sehr interessant, aber vielleicht hat ja der eine oder andere von euch dann noch ein paar Insights mehr. Und dann im zweiten Vers geht es direkt weiter nach diesem, Du schwarzer Teufel, du hast dein Herz aus Stein, geht es weiter mit, Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Und da dachte ich so, Moment, das hast du irgendwo schon mal gehört. Und das ging eigentlich recht schnell, das rauszufinden, woher das kommt. Und zwar ist das ein Zitat von Schiller. Wer hätte es gedacht? Also Schillers Werk zu Wallenstein. Schiller hat ja auch zu Wallenstein ein kleines Werk geschrieben. Und da kommt dieser Ausspruch eben genauso vor. Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Was ich wieder super cool fand, diese Anspielung auf andere lyrische Werke, die sich mit dem gleichen Thema befassen. Von daher, ich liebe das sowieso, wenn Kunst sich auf andere Kunst zum gleichen Thema irgendwie bezieht. Das finde ich super cool. Also da auch Hut ab, dass man das noch eingebaut hat. Da hätte man auch einfach irgendwas anderes reinschreiben können. Irgendwas anderes Schönes. Wallenstein. Bin jetzt auch nicht der lyrische Kopf. Aber ich finde es super cool, dass man sich hier dann auch noch tatsächlich auf Schiller Wallenstein bezieht. Also wirklich super gemacht. Und dann ganz am Ende nochmal im letzten Vers, bevor es dann wieder zum letzten Chorus geht, wird dann nochmal auf das tragische Schicksal von Wallenstein angespielt. Ohne dass man es wirklich ausspricht, finde ich. Und ich lese das hier mal kurz vor. Und zwar, Ja, und da haben wir im Grunde genommen die letzte Lebensgeschichte von Wallenstein so ziemlich in einem Reim oder in einem Vers abgehandelt. Denn wie gesagt, Wallenstein ist von Anfang an nicht wirklich ein Heerführer, sondern er kommt eigentlich aus dem kaufmännischen Bereich. Und durch sein, sag mal, organisatorisches Geschick schafft er es dann, den Posten des Generalismus einzunehmen. Was ihm gerade unter den Adligen der Zeit, unter den auch mächtigeren Adligen der Zeit sehr unbeliebt macht, während er im ganzen Reich im Grunde genommen Krieg führt und Menschen tötet und seine eigenen Gefolgshäute tötet, was ihm selbst wohl auch sehr zu schaffen macht. Und letztendlich führt es dann dazu, dass Wallenstein selbst ermordet wird. Wie gesagt, eine sehr tragische Person. Aber wenn ihr noch mehr zum Thema Wallenstein erfahren wollt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal eine Biografie zu Wallenstein. Das ist keine Autobiografie. Er hat sie nicht selbst geschrieben. Ist auch ein bisschen schwierig, wenn man ermordet wird. Die Biografie ist von Helmut Diewald. Ist von 1999, soweit ich weiß. Ist eine der Besseren, soweit ich weiß. Ich habe zwei gelesen zu Wallenstein. Die hier war definitiv die Bessere und was ich von den anderen gehört habe. Ja, gut. Wie gesagt, ich verlinke euch die mal unten. Es gibt mehrere Biografien. Da könnt ihr auch gerne nochmal selbst stürmern. Aber die hier ist schon nicht schlecht, sagen wir mal so. Und gibt eben auch noch einiges zum Thema Wallenstein wieder. Hat, glaube ich, auch über 500 Seiten. Also es ist einiges drin. Es ist nicht so eine 150 Seiten Biografie. Aber das eben ganz, ganz kurz zum Thema Wallenstein von der Band D'Artagnan. Wie gesagt, es sind einige Stellen drin, wo ich mir gedacht habe, das ist richtig, richtig cool gemacht. Und auch wenn ich jetzt nicht so im Detail darauf eingegangen bin, weil, wie gesagt, wegen Sony möchte ich hier jetzt nicht unbedingt das ganze Lied euch vorspielen. Aber ich bin mir sicher, ihr könnt es euch selbst anhören. Gibt es auf YouTube. Und dann würde ich mich auf eure Meinung zu dem Lied freuen. Wie findet ihr das Lied? Wie findet ihr die Musik selbst? Vielleicht seid ihr ja totaler Fan von der Band. Oder vielleicht seid ihr Fan von, sagen wir mal, diesen, ja, was ist das? So Pseudo-Mittelalter-Volk-Rock-Musik. So was mag ich manchmal auch ganz gerne. Wie gesagt, ich habe das Lied auch für mich entdeckt und fand es super cool. Und ja, dann würde ich mich sehr freuen über andere Vorschläge zu anderer Musik, die wir hier noch ein bisschen auseinandernehmen können. Auf kleinen Details, wie hier das. Was mich am meisten fasziniert hat, war das mit dem 86 BPM. Wie gesagt, vielleicht war es gar nicht intendiert, aber ich fand es super passend. Und von daher freue ich mich, wenn ihr es nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ciao.